Okay, willkommen zu den Let's Play Super Mario Sunshine. Wir sind bei Wilder Wigler Widerstand angelangt. Oh mein Gott, das räumt sich. Wilder Wigler Widerstand! Voll der dumme Ristungsname eigentlich. Das passt gar nicht zu. Wieso Widerstand? Das ist total dummisch. Okay, was man hier tun muss, ist... Schnell, schnell, schnell. Ja, diese Dünen, die bauen hier Sandburgen. Und oh man! Ich hab die nicht geschafft. Okay, man muss diese Dünen zum Buch verandringen, während dieser Typ da ist. Okay, wir wieder zurück. Nee, schon wieder nicht. Okay, ich warte einfach hier. Ich glaub, die sind am besten... Am besten für alle Beteiligten. So, jetzt aber... Und jetzt kommt so... Landet da vom Rücken und dann ist da so ein Pfeil und da muss man dann drauf attackieren. Ey, hätte niemand gedacht. Geh mal hier rüber zu der anderen Dünen. Moin, 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 moin! Jetzt wär der wütend! Am besten macht man, dass man, dass sie, äh... gerade bereit ist, um... eine Sandburg zu bauen. Damit, wenn er vorbeikommt, gerade direkt... von ihr attackiert wird, also von der Sandburg. So hochgeschleidert. Das heißt... Smash heißt das genau. Dann gehen wir wieder zurück. Nee, nee, nee! Wollte ich nicht. Komm, geh zurück. Oh, der Land... Komm, schnell, komm! Komm, schnell, komm! Oh mein Gott, der Lächter ist einfach drüber. Hab ich nicht bewusst. Ich glaub, der Schein kommt wieder da auf der anderen Insel. ich kann schon ein bisschen Wasser drauf spritzen, aber nicht zu viel. Okay, komm mal her. So, smash! So, geh rüber, Mario, du schaffst das. Und wir haben ihn besiegt. Wie immer, dreimal, bei allen Magespielen. Dann gehen wir schon mal darüber, weil die Wetten hier erscheinen. Ich bin mir fast zu 100% sicher. Und 100% ziemlich zwiegen. Ziemlich zu viel. Ziemlich viel. Man, ich habe zum 3 Schaden genommen, jedes Mal, wo ich von der Wien hochkrochen wurde, glaube ich. Ich bin mir sicher, bravissimo. Das hast du gut gemacht. Gut gemacht, Kai. Sich an weiter. Du hast das dir verdient. Danke, Mario. Dann gehen wir noch mal rein, weil es gibt noch eine Mission zu tun. Ja, ich kenne den schon jetzt, die müssen nicht hinzunehmen, aber ich war ja schon in der Erinnerung. Ich glaube, den Schott sieht man am meisten. Weil, bis man die Welt hundertprozentig abgeschlossen hat, wird er angezeigt. Und ja, die Geburt des Sonnwurls. Oh nein, ich hasse diese Mission. Die ist so mühsam. Ich bin da immer verrückt beim ersten Neubelsspielen. Ich weiß es nicht. Habe ich, ich habe noch ihr Leben. Naja, wenn schon, kommt man da einfach hin. Was muss ich dann schneiden hier? Ich hoffe, ich schaffe das beim ersten Neubelsspielen. Bum, 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 bum. Das Fieses hier kriegt man auch Flatt nicht. Ne, Mann. Warte. Wieder voll dumm mach ich. Stell ich mich an. Und hier hoch, da geht's schneller. Und dann müssen wir hier rüber springen. Und da rein. Zack. Dann sind wir hier in diesem Missionsding-Teil ohne Flatt. Oder mit Flatt? Mit Flatt? Sind wir mit Flatt? Bitte, bitte, bitte. Das wäre total cool. Okay, wir sind mit Flatt. Okay, dann ist es einfach. Ich hatte in Erinnerung, dass man Flatt nicht hat. Also da, das wäre total schwer. Die haben wir. Okay, ich versuche mal alle blauen Münzen trotzdem noch einzusammeln. Okay, das waren alle. Oder ne, noch auf dem Schanz. Und fortfahren. Nee, nee, komm. Komm, geh. Oh, Mario. Mach keinen Kack. Nee, was? Okay. Naja, okay. Das wird nicht der erste Fail-Part hier. Okay, jetzt kann ich mich nur noch... Ich glaube, ich habe alle... Habe ich alle blauen Münzen jetzt hier schon? Ich glaube nicht. Ein bisschen näher ran. Gib acht, er fliegt um den Schuh. Gib acht. Gib neun. Gib zehn. Gib elf. Gib 22. Neun drei Viertel. Oh. Ich weiß nicht. Er gibt ziemlich... Ich will mir das leben. Vielleicht habe ich es nötig. Nein. Oh mein Gott. Nein, hol es dir. Die letzte rote Münze ist nämlich obendrauf. Nein. Was? Ich war doch drauf. Oh. Oh, wie fies. Arrivederci. Ich habe Menschen das Leben angesammelt. Oh. Okay, er dreht sich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich habe es geschafft. Scheiße auf die blauen Münze. Ich kann nicht später holen. Wow, 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 wow. Fehler. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und es aufkriegt. Hier bin ich immer runtergefallen, als er sich gedreht hat. Immer. Ich weiß es noch. Immer. Wirklich. Jedes Mal. Okay, jetzt ist es einfach. Jetzt muss ich nur noch auf den... ...den... ...durm kommen. Hey, ich will die Kamera... Ich will sehen, wann ich oben drauf kann. Oh mein Gott. So, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Das war voll schwer. Oh mein Gott. Mir wird hier noch eine blaue Münze. Ich glaube, ich hole die dann später irgendwann mal. Wenn ich die blaue Münze... Nee, der Welt sammle. Oh mein Gott. Ich freue mich da schon drauf. Schein geht. Bravissimo. Das freut mich. Schüchern und weiter. Das ist der 25. Schein. Ey, wie toll. Wir sind voll schnell hier. Okay. Oh mein Gott. Schon wieder dieser Shot. Oh, der tut mir in den Augen legen. Nein, nicht wirklich. Und dann können wir hier wieder rein. Witsch, witsch, witsch. Ich glaube, das war die... Nee, das war die Zweitschwesten in dieser Welt. Für mich. Also, so wie ich das sehe. Die nächste ist Palmatons SunSpring. Haben wir den schon getroffen? Ich glaube nicht. Tut mir leid. Schau dir die solche an, es ist eine Fahne im Winde. Mann, warum bist du so aufgeregt jedes Mal? Ich bin mit dir reden. Okay. Wenn wir in Schwitten gerade springen wir ins Meer. Okay. Okay. Gut. Hallo, wer bist du? Ich bin Palmaton und wir rennen jetzt bis zu dieser Fahne. Okay, wenn du das so meinst, du... Kein Problem. Ich hab nicht wirklich das Bedürfnis, das zu machen. Also, warum zwingst du mich dazu? Also, ein Rennen bis zu zehn lang. Nur eine Kontinie. Blablabla. Blablabla. Okay, jetzt voll einfach. Ich bin mir einfach nur zu tief. Es ist egal, welchen Weg ihr geht. Es gibt nicht wirklich nur noch vorgeschriebenen. Also, man kann... Er sagt auch nicht, du hast gecheatet oder so. Wie bei... Wie bei... Super Mario 64, wo man die... Wenn man die Dinge nimmt. Ich glaube, der sagt da eben, dass... Dass man gecheatet hat, wenn man die Dinge... Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn man die Abkürzungen dann nimmt. Ja, ich will jetzt nicht über andere Spiele reden. Oh. Komm, mach hin. Ich bin viel zu schnell. Komm her. 22 Sekunden. Das müsst ihr erst mal schaffen. Das ist voll schwer. Ich bin beeindruckt. Hallo. Das ist Chessikowski. Jetzt sind alle Palmas weg. Oh, wie schade. Sind sie wirklich weg? Oh, sie sind wieder da. Nee. Oh mein Gott. Nee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin doch schlecht. Das ist unser nächster Schein. Der 26. Oh. Er geht voll schnell ab. So, ich kann nun weiter. Okay, es reicht, glaube ich, noch für einen. Was ist der Nächste? Ich weiß nicht. Ich glaube, der Nächste ist schon Mario Morgana wieder. Oder? Oh, irre ich mich? Sagt es mir. Nein, da. Los. Ja, das kommt dann auch nicht mehr, das Lose, wenn man das Spiel geschafft hat. Also 100% so. Roter Mensch und Korallen. Okay, ich glaube, es reicht nicht ganz für diese Mission noch. Weil wir haben schon gut 8 Minuten, wenn ich das die Sandvogel ein bisschen drauf schneide. Ich rechne jetzt mit noch 8 Minuten, also noch 3 Minuten Zeit jetzt für das. Ich weiß nicht, ob das auch reicht. Ja, ich glaube, ich mach hier. Ich werde es hier noch ein bisschen. Okay, ja. Irgendwann schneide ich dann einfach. Okay, hier ist die erste. Hier ist die erste gute Münze. Dann gehen wir auch gleich zu dieser Blaue. Ich glaube, diese Blaue hier ist ein guter Zeitpunkt, um hier den Part aufzuhören. Was denkt ihr? Komm, komm, Blaue! So, okay, ich höre er auf und treffe ihn beim nächsten Mal. Danke für's schauen. Tschüss.